Ja, vielen Dank, mein Name ist André Ambrosius, mein regionaler Gruß ist Moin, meine Anreise kam aus Hamburg, also dementsprechend das Servus, Grüß Gott, das ist noch nicht ganz so einfach für mich. Ich habe drei Punkte, die ich grob anreißen möchte. Das eine ist die Firma Seagate, woher wir kommen und auch im Groben und Ganzen, wo die HDD-Welt herkam, aber auch eben wie der Wandel sich auch in der HDD-Welt in den letzten 10, 20, 30 Jahren zugespielt hat. Und im letzten Step ist eben, wie wir im Storage-Wandel, aber auch als Partner im Storage-Bereich zur Geltung kommen. Wir sind 1978 gegründet worden, also wir machen das schon ein paar Jahre. Ich habe, um mich hier auch für die Präsentation auch vorzubereiten, mal geschaut, wie viele Hersteller sich denn tatsächlich mal versucht haben an der HDD. Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister, der eine sagt Hunderte, der andere sagt 200. Ich glaube, die Spitzenzahl, die ich gesehen habe, war 228. Und am Ende sind wir noch drei HDD-Hersteller weltweit. Also es heißt schon, dass es doch ein bisschen komplexer ist als Plug and Play, sondern da wirklich ein riesen, riesen Technologie- und auch Engineering-Aufwand besteht, um so ein Produkt zu erstellen. Was für uns aber auch bedeutet ist eben, und das ist das, was Norbert eben meinte, Storage und Wandel. Jede Firma stellt sich auf irgendwas anderes ein. Wir haben uns vor knapp 15 Jahren schon auf die Hammer-Technologie fokussiert und konzentriert und drauf gestürzt, sprich Heat-Assisted Magnetic Recording. Das heißt, wir haben auf den Lese-Schreibköpfen einen kleinen Laser, der durch eine punktuelle Erhitzung eben die Schreibdichte oder die Aerial Density als solches eben vergrößert. Und dadurch können wir eben höhere Kapazitäten abbilden. Wir haben im letzten Quartal die ersten 30 Terabyte Hammer-Disks rausgebracht. Wir haben ebenfalls aber auch bekannt gegeben, dass die Zukunft für uns auch bedeutet, dass die 24 TB die letzte, ich sag mal, CMR-Platte sein wird. Alles darüber hinaus wird eine Hammer-Technologie sein. Auch, ich sag mal, so wie es jetzt auch zu verwenden gilt. Aber der Aufbau der Festplatte wird sich nicht ändern. Wir haben immer noch 10 Scheiben und 20 Heads, ob das jetzt eine 30 Terabyte ist, ob das eine 40, eine 50, eine 100 Terabyte ist. Wir arbeiten tatsächlich nur noch mit dem Laser, um dort die Aerial Density zu vergrößern. Das, was vielleicht interessant war und auch für mich persönlich interessant war, ist, die Daten aufzubereiten. Ich habe mal geguckt, wie viele Festplatten so im Jahr geshippt worden sind. Da sprechen wir von externen Platten, die irgendwo benutzt worden sind, interne Platten, wie sie auch heißen. Ich habe jetzt leider nur Zahlen von 1990 gefunden bis 2020. Aber wo wir eben sehen, 2010 war so ein bisschen der Peak-Zeitpunkt mit knappen 650 Millionen Festplatten von allen Herstellern. Das ist eine Riesenzahl. Und wenn man das runterbricht auf die Exabytes, die damals geshippt worden sind, dann sind wir irgendwo in einem halben Terabyte. Mittlerweile 22 Terabyte ist schon im Umlauf. Wie gesagt, die 30 Terabyte im letzten Quartal geschippt, aber trotzdem ist der Durchschnittskapazitätspunkt immer noch irgendwo bei drei bis vier Terabyte. Das kommt natürlich auch dadurch, dass wir viele Anwendungen haben, die doch kleiner sind. Das, was ich aber hier sagen will und demonstrieren will, und ich hoffe, der Graph unten rechts stellt das auch so ein bisschen dar, dass wir tatsächlich die Units, die wir geschippt haben und auch da wir so einen kleinen Fall sehen, aber dennoch das Datenwachstum im Exabyte-Bereich und das ist noch nicht mal das, was wir nutzen, sondern was nutzbar ist pro Jahr, doch deutlich sich ausgeht. Im Sinne von, wir schippen nach wie vor mehr Exabyte, als was wir vorgeschippt haben. Das kommt natürlich auch dadurch her, dass wir unheimlich dafür sorgen, dass Daten kreiert werden. Runtergebrochen auf unser Portfolio. Ich will gar nicht zu sehr in die Details hier gehen, sondern eher sagen, Consumer und Gaming ist nach wie vor ein Faktor. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, wie viele Playstations so verkauft worden sind. PlayStation 4, wo wir eben auch eine Erweiterung anbieten. Das sind 117 Millionen Playstations. Sprich, wenn jeder eine Erweiterung kauft, sind wir 117 Millionen Datenträger, die dort eben als Erweiterung zu verwenden gilt. Xbox, irgendwo bei den 20 Millionen, kommt eben on top und so kreieren wir natürlich eben auch den Bedarf an den Medien, die wir als Speichermedien eben bezeichnen. Das, was natürlich auch noch dazu kommt, ist unsere AI, was wir heute glaube ich schon zweimal gehört haben, sowohl von Supermicro als auch von Nvidia und vielleicht noch der ein oder andere Kollege. Da sorgen wir natürlich auch für ein Datenwachstum. Mittlerweile gehen wir aus dem Haus raus, vielleicht nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum, aber in anderen Gefilden, wo die Face Recognition eine Rolle spielt, wo möglicherweise auch eine Analyse an der Kasse bereits schon stattfindet, aufgrund der Daten oder auf der Information, die dort eben ausgetauscht werden. Also Datenwachstum ist nach wie vor da und nach wie vor sehen wir da auch einen Bedarf an Datenträgern. Jetzt aber. Genau, also kurz aus dem Portfolio hin, ich will gar nicht zu sehr reingehen, was wir alles haben. Wir sind drüben im Hotel, also gerne auch zu uns zum Stand kommen und uns sprechen. Das, was uns so ein bisschen gerade als Partner nach vorne bringen könnte oder kann, ist, wir haben viele Produkte rausgebracht, die eigentlich gar nicht so richtig aus dem, ich sag mal, unser kleine Mann Problem kommen, sondern eben bei den Hyperscalern das Problem war. Wir haben eine Technologie, die nennt sich Mach2. Das heißt, wir haben eine Multi-Actuator-Platte, die eben zwei Motoren voneinander hat oder Aktuatoren vielmehr. Das ist ein Produkt, das ist entstanden, weil zu uns ein Kunde gekommen ist und gesagt hat, wir haben ein Problem, wir müssen dafür eine Lösung haben. Und wir sind hingegangen und haben eben diese Produkte entwickelt und diese Produkte kommen, ich sag mal, aus dem klassischen OEM-Bereich hin, dass wir aber mittlerweile im Channel auch dort verschiedene Lösungsanwendungen finden, gerade im CEF-Bereich, ZFS-Bereich, solche Geschichten. Also da haben wir immer wieder Probleme und deswegen sind wir als Partner eben auch da bereit. Wenn Probleme auftauchen, sind wir da bereit, die Lösung zu finden. Das, was wir eben auch machen und deswegen der Mix macht, dass wir uns auch noch mehr darauf konzentrieren, wir müssen ja auch darüber nachdenken, was kommt in der Zukunft. Und eines der Dinge, die bei dem einen oder anderen natürlich auch wichtig sind, ist Plain Maintenance, sprich die Service-Cycle eben zu reduzieren und das beste User-Erlebnis auch für die Kunden zu haben. Das, was wir mittlerweile haben, sind Produkte, die eine gewisse Intelligenz mit sich bringen, aufgrund dessen, dass sie mit dem System kommunizieren, mit unserem System kommunizieren und den Nutzer eben sagt, hey, pass mal auf, hier ist ein Problem, aber mach dir keine Sorgen. Das muss nicht jetzt sofort gelöst werden, sondern erst beim nächsten Service-Cycle. Also wir haben zum Beispiel eine Produktlinie, die haben wir auch hier mitgebracht, das ist unser Core Vault. 106 Datenträger sind da drin und wir haben da verschiedene Technologien drin. Das eine Feature, was wir so ein bisschen nach vorne pushen und pushen wollen, ist das sogenannte ADR, das Self-Healing-Feature. Da ist eine gewisse Intelligenz drin und wir haben eben aber auch hier gewisse Performance-Features, die wir mitbringen. Wie gesagt, gerne am Stand zu uns kommen und da mit uns sprechen. Wir haben auch die Flyer natürlich dabei, also für den einen oder anderen, der heute Abend nichts zu lesen hat, gerne vorbeikommen. Das, was ich schon erwähnen muss, ist, um die Features komplett nutzen zu können und zu wollen, bedarf es, die Technologie ADAPT zu nutzen. Wir haben ein Erasure-Encoding auf unseren Systemen, die dafür sorgt, dass eben diese Features, Datenverfügbarkeit, Variable-Kapazitäten und eben auch das ADR nutzen zu können. Die Datenverfügbarkeit, das ist eben das Thema, was dem einen oder anderen eben auch in den Kopf kommt, was passiert bei einem Datenausfall, was passiert, wenn ein Head einen Fehler hat. Was wir eben machen bei unseren Produkten oder mittlerweile in Kombination zwischen den HDDs und den Controllern, ist, dass wenn ein Head oder ein Medium einen Defekt hat, der Head vielleicht vom Medium einfach auch sich distanziert hat, klassischerweise würde man einfach das Produkt auswechseln und mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich diesen Datenträger im System in Kooperation mit dem Controller deaktivieren können und dann eben neu aufsetzen und dann eben wieder neu an Strom bringen. Und wenn dann immer noch ein Fehler auftreten sollte, dann können wir punktuell diesen Head oder eben die Scheibe deaktivieren, sodass wir zwischen ein und zwei Terabyte in der HDD verlieren würden und nicht wie vorher 20 Terabyte, weil das System sagt, ich muss ausgewechselt werden. Das führt ebenfalls auch dazu, dass die Wiederherstellung, sage ich mal, der kritischen Daten deutlich schneller ist, weil die kritischen Daten an sich nicht auf 20 Terabyte ersetzt werden müssen, sondern eben nur auf 1 bis 2 Terabyte. Variable Kapazitäten, wenn man RAID 6 denkt, hat 20 Terabytes da drin, man hat noch eine 18 Terabyte liegen und schon ist das RAID 6 auf 18 Terabyte gedrosselt. Das ist bei uns nicht so, sondern wir nutzen alles, was wir an Kapazitäten haben, durch das Eraser Encoding, sodass wir eben wirklich die komplette Bandbreite der Discs eben nutzen können. Und dann eben das ADA und das schematisch dargestellt. So, ADA, das, was ich eben schon meinte, Beispiel der 20 TB hier, wir haben 10 Scheiben, 20 Oberflächen, jede Oberfläche hat einen Lieseschreibkopf, bedeutet also, dass wir hier, was ich eben schon meinte, wenn ein Schreibkopf eben sich verabschieden sollte, würden wir einen Terabyte verlieren. Traditionell ist es so, dass wir eben ins Rechenzentrum gehen würden und die Datenträger aus dem Rechenzentrum rausnehmen würden, was wir eben mit unserer Kombination dem RAID, dem Controller und den HDDs eben machen können, ist, der Datenträger verweilt dort drin, wenn zum Beispiel am Freitag Abend 19 Uhr eine E-Mail kommt, hier ist ein Terabyte, der ausgestiegen ist, dann können wir uns nach Hause bewegen, können am Montag, Dienstag wieder neu uns mit dem Problem befassen und nicht sofort zum Rechenzentrum laufen. Vorletztes Slide, wie gesagt, das ist unser Portfolio, wir haben verschiedene Produkte, ob es HDDs sind, wir haben SaaS-SSDs, wir haben NVMe-SSDs, SATA-SSDs, wir haben Systeme, ob es RAID ist, ob es J-Bots sind, ob es, wie gesagt, die neue Technologie CoreVault ist, das sind alles Produkte, über die können wir gerne am Stand sprechen und klassisch gesehen mit dem Spruch, the right drive for the right environment. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, noch viel Spaß und ja, ich freue mich auf gute Gespräche. Vielen Dank.